Wenn man vom Hitler-Stalin-Pakt spricht, dann meint man damit in der Regel den deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffspakt vom 23. August 1939. Und es hat durchaus was zu tun mit einem bestimmten Verständnis und mit einer Interpretation, ob man nun deutsch-sowjetischer Nicht-Angriffspakt sagt oder eben Hitler-Stalin-Pakt. Ich verwende oft den zweiten Begriff und das hat auch seinen Grund, das wird vielleicht ein bisschen klar im Laufe des Videos. Das ist das dritte Video zum Thema nationalsozialistische Außenpolitik und damit wird dann auch die Skizze abgeschlossen. Ja, in Mein Kampf und vielmehr noch in seinem zweiten Buch aus dem Jahr 1928 hatte Hitler seine außenpolitischen Grundvorstellungen formuliert. Sein absoluter Wunschpartner war Großbritannien, allein schon weil man sich derselben Rasse zugehörig fühlte, was zeigt, dass Außenpolitik eben nicht unbedingt etwas rational Losgelöstes von der Ideologie war, sondern eben durchaus auch fest zusammenhing mit einem bestimmten rassistischen Weltbild. Sein Ziel war die Eroberung von Lebensraum im Osten und damit war natürlich ganz explizit Russland gemeint. Die slawische Rasse wurde eh von ihm als minderwertig eingestuft. Der Bolschewismus, also die russische Spielart des Kommunismus, sollte mit Stumpf und Stil ausgerottet werden. Außerdem wurde die Sowjetunion von Hitler als schwach eingeschätzt, das Riesenreich sei reif für den Zusammenbruch. Am Ende sah alles ganz anders aus. Da hatte Hitler sich verbündet mit der Sowjetunion, also dem einzigen Land auf der Welt, das er zum Feind haben wollte. Und er stand kurz vor einem Krieg mit Großbritannien, also dem einzigen Land in Europa, das er immer als Freund hatte gewinnen wollen. Wie konnte es dazu kommen? Das wollen wir uns in diesem Video mal ein bisschen genauer anschauen. Hitlers Außenpolitik hatte am Anfang vorgesehen, Bündnisse zu schmieden, die ihm letztlich diesen Krieg, diesen geplanten Krieg um Lebensraum im Osten, damit eben gegen die Sowjetunion, ermöglichten. Der erste außenpolitische Vertrag von Bedeutung war dann auch 1934 der deutsch-polnische Nicht-Angriffspakt. Und 1936 kam es zu deutsch-rumänischen Annäherungen. Die Idee war, Polen und Rumänien gegen die Sowjetunion zu gewinnen, einzuspannen, aber beide waren bündnispolitisch an Frankreich geknüpft. Im Oktober 1938 lehnte Polen Hitlers Vorschlag einer gemeinsamen Ostexpansion ab. Er hatte ihnen sogar Teile der Ukraine versprochen. Am 28. April 1939 wird dann vom Deutschen Reich der Nicht-Angriffspakt mit Polen aufgekündigt. Ja, von daher ist die Geschichte dann da erstmal beendet. Aber gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Zuerst versuchte Nazi-Deutschland eine Verständigung mit den baltischen Staaten anzustreben. Da gab es einen Konflikt mit Litauen, nämlich das sogenannte Memelland. Das ist nordöstlich von Ostpreußen und war eigentlich laut dem Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg dem Völkerbund unterstellt. 1923 allerdings wurde es von Litauen besetzt. Das hat natürlich immer wieder auch zu Spannungen geführt, denn immerhin das Memelland, das sind alte deutsche Gebiete. Allerdings hatte sich das in der Weimarer Republik so weitgehend erledigt. Aber 1933, dann eben auch mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten, da flammen natürlich diese alten Forderungen nach der Rückgabe des Memellands dann auch wieder auf. Wir befinden uns ja nach dem letzten Video, da es endete ja praktisch mit der Zerschlagung der Tschech-Slowakei. Wir sind also im März 1939 und nur fünf Tage danach stellte das Deutsche Reich an Litauen dann ein Ultimatum. Und darin wurde eben gefordert, die Abtretung des Memellands. Ansonsten würde die Wehrmacht, die deutsche Wehrmacht, dort einmarschieren. Frankreich und Großbritannien, die ja nun gerade nach diesem Tschech-Slowakei-Desaster und dem großen Scheitern ihrer Appeasement-Politik an Polen jetzt eine Garantieerklärung abgegeben hatten, die hielten sich aus dieser Frage heraus und zusätzliche Unterstützung erhielt das Deutsche Reich durch Italien und Japan. Aber zu dieser Bündniskonstellation, da kommen wir vielleicht an einer anderen Stelle, in einem anderen Video auch vielleicht nochmal genauer was dazu. Ja, am 23. März 1939 hat dann Litauen tatsächlich das Memelland an das Deutsche Reich übergeben. Jetzt könnte man sagen, ja, wenn man auf die Karte guckt, dann ist das Memelland, das macht auch nur fünf Prozent des Territoriums von Litauen aus. Also es scheint ja irgendwie erstmal gar nicht so ein Problem zu sein. Aber das Memelland war sehr attraktiv für Litauen. Wir haben es nicht umsonst besetzt. Denn erstens war da der einzige Ostseehafen, den dann Litauen hatte, was für den Handel natürlich ganz, ganz wesentlich war. Und zum Zweiten befand sich da fast ein Drittel der gesamten Industrie. Das Memelland war also sozusagen der wertvollste Teil Litauens. Aber trotzdem hat man natürlich diesen unglaublichen Druck gesehen und erlebt. Man hatte ja auch das Bild der Tschechoslowakei vor Augen und wusste, wie aggressiv das Deutsche Reich jetzt nicht nur Forderungen stellte, sondern auch die eben letztlich umsetzte oder verfolgte. Von daher hatte man natürlich ein Interesse, sich mit dem Deutschen Reich in irgendeiner Form auch zu einigen. Was bekam man dafür? Man bekam dafür einen Nicht-Angriffspakt. Also das heißt also gleichzeitig mit dieser Abtretung des Memellands wird eben ein deutsch-litauischer Nicht-Angriffspakt geschlossen. Ein Monat später, nur einen Monat später, nämlich am 28. April 1939, bot dann das Deutsche Reich Estland, Finnland, Dänemark, Norwegen und Schweden ebenfalls Nicht-Angriffspakte an. Finnland, Norwegen und Schweden lehnten ab. Am 7. Juni dann konnte allerdings der deutsche Außenminister Joachim von Ribbentrop einen Vertrag mit Estland abschließen, nämlich der sogenannte deutsch-estnische Nicht-Angriffspakt. Ja, das Nationalsozialiste Deutschland schloss also nun Verträge ab, die sich alle gegen die Interessen der Sowjetunion richteten. Da war ja auch der beabsichtigte Feind, war ja sozusagen das Zielgebiet. Es war also offensichtlich, dass sich die Sowjetunion und die Westmächte annähern müssten, um gegen das Deutsche Reich irgendwie noch eine starke Bündnisklammer letztlich aufbieten zu können. Und es gab auch in dieser Richtung durchaus Verhandlungen, aber vor allem von Seiten der Westmächte waren diese Bemühungen eher halbherzig. Beim Münchner Abkommen hatte man die Sowjetunion noch fein rausgelassen. Sie fand keinen Platz am Verhandlungstisch. Und dazu hatte man auch so einigen Grund, dazu vielleicht gleich noch. Allerdings jetzt, nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei durch das Deutsche Reich, konzentrierte sich jetzt die Sowjetunion zunehmend auf die Sicherheit des ganzen östlichen Ostseegebiets. Aber weder die westlichen Regierungschefs noch die Regierungen der baltischen Staaten oder Finnland gaben dabei dem sowjetischen Drängen nach einer Militärkonvention nach. Das vielleicht sogar mit gutem Grund, denn Stalin forderte für die Rote Armee Durchmarschrechte durch Polen und Rumänien. Außerdem forderte er sowjetische Stützpunkte an der Ostsee. Das war ein Preis, den war man nicht bereit zu zahlen. Denn Stalin war jemand, den man nicht trauen konnte. Bei den Westmächten kommt noch dazu, dass man sich ideologisch in einer ganz klaren Gegnerschaft letztlich saß. Also hier sind praktisch die Demokraten, dort ist die Diktatur, hier ist die kapitalistische freie Wirtschaftsordnung, dort ist die ganz rigide Planwirtschaft und von daher hatte man da wenig Gemeinsamkeiten. Außerdem war man angewidert durch die gerade erst stattgefundene sogenannte große Säuberung. Also Stalin ließ dabei unzählige Menschen, die als politisch unzuverlässig oder oppositionell eingestuft wurden, verfolgen und ermorden. Und ja, das führte sogar dazu, dass täglich etwa 1000 Personen ermordet wurden. Es gab also in mehrfacher Hinsicht begründetes Misstrauen gegen Stalin. Man nahm ihm sozusagen den reinen Willen zur Verteidigung wenig ab. Da glaubte er, dass er selbst Expansionspläne verfolgte, was auch sicher zutraf. Ja, die Säuberung betraf übrigens auch die Armeeführung und so galt auch die Armee als geschwächt. Also eher so eine Armee zweiten Grades. Ja, letztlich scheiterten also diese Verhandlungen unter dem sowjetischen Außenminister Maxim Litvinov. Zu dem kommen wir gleich noch. Also Stalin war aber ziemlich verärgert auch und hielt dann im März 1939 eine Rede, in der er mit klarem Bezug auf Großbritannien gesagt hatte, er werde sein Land nicht von Kriegshetzern in einen Konflikt hineinziehen lassen, die die Gewohnheit haben, andere für sich die heißen Kastanien aus dem Feuer holen zu lassen. Im deutschen Auswärtigen Amt hörte man da sehr genau hin. Ja, darüber hinaus ersetzte dann Stalin am 3. Mai 1939 Litvinov durch Vyacheslav Molotov. Möglicherweise, weil Litvinov versagt hatte. Er hat es ja nicht geschafft, eine solche Bündniskonstellation herzustellen. Gleichzeitig war das aber auch ein deutliches Signal an das Deutsche Reich. Denn Molotov galt im Gegensatz zu Litvinov als äußerst deutschfreundlich. Außerdem war Litvinov Jude und damit kein geeigneter potenzieller Verhandlungsführer, wenn es um das antisemitische Deutsche Reich ging. Jedenfalls schien das doch der Wendepunkt zu sein. Nach Stalins Märzrede jedenfalls begannen Deutschland und die Sowjetunion über engere wirtschaftliche Beziehungen zu verhandeln. In Berlin kam es am 19. August zum deutsch-sowjetischen Wirtschaftsvertrag. Und das beinhaltete praktisch sowjetische Rohstofflieferungen an das Deutsche Reich. Und im Gegenzug erhielt die Sowjetunion einen Kredit über 200 Millionen Reichsmark. Auf fünf Jahre sollten die gezahlt werden. Eine ungeheure Summe damals. Übrigens, so neu war das jetzt nicht, dass es da Verbindungen gab zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion. Die hat es ja auch früher schon gegeben. Wir erinnern uns an den Rapallo-Vertrag von 1922 und die beiden ehemals isolierten Mächte nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen Erfüllung aufnahmen, wirtschaftliche Verbindungen traten, auch übrigens dann, was natürlich eigentlich ja verboten war durch den Versalvertrag, militärische Verbindungen letztlich auch aufnahmen miteinander. 1926 folgte damals ein Neutralitätspakt, der immerhin unter Hitler 1933 noch verlängert worden war. Es gab also durchaus Grundlagen. Man agierte da nicht im völlig luftleeren Raum. Trotzdem war diese Verständigung zwischen der Sowjetunion und dem Deutschen Reich eine Sensation oder für manche auch ein absoluter Schock. Zumindest für die meisten war das überhaupt nicht vorstellbar, denn schließlich war man doch ideologisch bis auf den Tod verfeindet. Das ist ja absolut verrückt. Also Hitler versprach jetzt mittlerweile der Sowjetunion, ihr alles zurückzugeben, was sie infolge des Ersten Weltkriegs verloren hatte. Natürlich war das übrigens auch ein Preis, den Frankreich und Großbritannien nicht bezahlen konnten, denn es bedeutete ja letztlich in der Konsequenz, die Freiheit der baltischen Staaten, Polens und sogar vielleicht auch Finnlands zu opfern. Ja, das ist eigentlich seltsam und eigentlich ist das schon fast paradox, aber wenn wir Hitlers Forderungen an Polen betrachten, dann waren die ja eigentlich gar nicht so unberechtigt. Also zumindest nicht so unberechtigt, wie seine Forderungen an Prag und die Resttschächsowakei. Danzig, ehemals deutsche Stadt, war ja im Versailler Vertrag zur freien Stadt erklärt worden, freie Stadt Danzig, unter der Aufsicht des Völkerbunds. Und sie lag im polnischen Korridor zwischen dem deutschen Ostpreußen und dem restlichen Deutschen Reich. Und so war es letztlich leicht zu vertreten, dass Deutschland durch diese Regelung letztlich Unrecht geschehen sei. Also zumindest gab es hier, anders als bei der Zerschlagung der Tschechoslowakei, doch gewisse Anknüpfungspunkte zu einer Revisionspolitik des Versailler Vertrags. Weil es ja völlig klar war, dass die Zerschlagung der Tschechoslowakei überhaupt nicht mehr mit dem Versailler Vertrag oder einer Revisionspolitik in Verbindung zu bringen war. Also das wäre ja völlig absurd gewesen, was ja auch jeder so verstanden hat. Ja, anfangs bat der Außenminister, der deutsche Außenminister, Johann von Ribbentrop, Polen übrigens ja auch noch, um die Rückgabe Danzigs. Und man wollte eine schmale Landverbindung durch den polnischen Korridor, auf dem Deutschland eine eigene Straße und eine Eisenbahnlinie zwischen Ostpreußen und dem restlichen Deutschland hätte bauen können. Allerdings stieß das auf absoluten Widerstunde. Das war mit den Polen nicht zu machen. Am 31. März, erinnern wir uns, gaben Frankreich und Großbritannien als Konsequenz von Hitlers Zerschlagung der Tschechoslowakei jeweils eine Garantieerklärung für die polnischen Grenzen ab. Dadurch ermutigt waren die Polen jetzt nun gar nicht mehr gewillt, irgendwie sich kompromissbereit zu zeigen. Und dann im weiteren Verlauf des Jahres 1939 gewann dann letztlich die Position der Sowjetunion immer mehr eine entscheidende Bedeutung. Am 23. August, jetzt kommen wir dann zu dem eigentlichen Vertrag, da ist dann Ribbentrop in Moskau. Er und Molotow kommen zu einer Einigung, von der dann der deutsche Außenminister nach zu 2 Uhr seinem Führer dann begeistert am Telefon berichtet, der deutsch-sowjetische Nicht-Angriffspakt steht. So, worum handelt es sich da? Es ist ein bilaterales Abkommen, also ein Abkommen zwischen zwei Mächten. Und vor allen Dingen geht es da um den Verzicht auf gegenseitige Gewaltanwendung. Sollte es Meinungsverschiedenheiten geben, dann verabredet man sich in so einem Fall gegen gegenseitige Konsultationen, also Beratungen. Aber das Entscheidende ist eigentlich, man versichert sich einer gegenseitigen Neutralität im Falle eines Krieges. So weit, so gut. Jetzt könnte man ja sagen, ja, es ist ein Defensivbündnis. Wer ist das ja nicht? Es ist ja kein kriegerisches Bündnis. Es ist ja nur erstmal ein Defensivabkommen. Die besondere Brisanz allerdings, die findet sich im sogenannten geheimen Zusatzprotokoll, während der deutsch-polnische Nicht-Angriffspakt öffentlich war. War dieses geheime Zusatzprotokoll, unterschrieben hier von Ribbentrop und Molotow, das war ein Geheimdokument. Das ging nicht an die Öffentlichkeit. Es galt, wie es darin heißt, für den Fall einer territorialpolitischen Umgestaltung. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Was heißt das denn? Der Fall einer territorialpolitischen Umgestaltung. Das ist natürlich ein Code für Krieg. Also wenn ich ein Land erobere und ich sage dann, ja, das wird jetzt territorial umgestaltet, dann ist das ja durchaus irgendwie so ein Euphemismus. Und in diesem Protokoll werden praktisch die deutschen und die sowjetischen Interessenssphären für diesen Fall einer politischen territorialen Umgestaltung abgegrenzt. Der größte Teil Polens und Litauen sollte an das Deutsche Reich gehen und die Interessenssphäre der Sowjetunion, das war Ostpolen, das war Finnland, das war Estland, Litauen und Bessarabien. Da sollte eben auch das Deutsche Reich praktisch erklären, ja, in Bessarabien haben wir keine Interessen. Und interessant ist ja auch, wenn man sich das also jetzt vor Augen hält, dann wird einem ja klar, eine Woche danach, eine Woche nach diesem Pakt erfolgte der Überfall auf Polen. Das war ja nun der Weg, der ja nun freigemacht war dafür und alle Schreckensvorstellungen von einem möglichen Zwei-Fronten-Krieg für das Deutsche Reich. Die waren ja mit diesem Abkommen beseitigt und sozusagen konnten dann endlich losgeschlagen werden. Das ist die Funktion. Deswegen ist es eben wichtig, dass man weiß, 23. August 1939, dieses Abkommen mit diesem mörderischen Zusatzprotokoll und eine Woche später geht es eben los mit dem Krieg. Dieses Defensivabkommen hat also eigentlich nur die Funktion, den Krieg zu eröffnen oder den Krieg jetzt möglich zu machen für das Deutsche Reich. Und während jetzt die deutsche Wehrmacht dann eben in Polen eindrang und die polnische Gegenwehr mit einer ungeheuren Überlegenheit niedermachte, dafür hielt sich die Sowjetunion erst mal neutral und wartete ab. Drei Tage danach überbrachte dann von Rindtrop Stalin eine Aufforderung, sich doch nun der Absprache entsprechend die im Pakt vereinbarte Beute zu holen. Das, was hier im Zusatzprotokoll dann steht. Aber Molotow sagt, man warte jetzt erst mal die Einnahme Warschaus ab durch die Deutschen. So ganz abwarten wollte oder konnte Stalin dann doch nicht. Er war dann doch sichtlich nervös. Und so beginnt er dann am 17. September seinen Krieg mit Polen. Polen kriegt es also von allen Seiten. Von den schlimmsten beiden Gegnern, vor denen die Polen immer gezittert haben. Am 22. September kommt es dann noch mal zu einem weiteren Militärabkommen zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion, das nun auch dann Vereinbarungen über die gemeinsame Abwehr und die Bekämpfung des polnischen Widerstands beinhaltete. Und noch mal eine Woche später, am 28. September gibt es dann den sogenannten deutsch-sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag. Wieder sind die beiden Architekten Ribbentrop und Molotow. Und auch hier ist es wieder so, dass es einen öffentlichen Teil gibt und einen geheimen Teil. Ähnlich hier ganz wie bei diesem Nicht-Angriffspakt mit dem geheimen Zusatzprotokoll. Ja, geheim war dann vor allen Dingen die Nachjustierung der Interessenssphären. Also da hat man eben gesagt, da müssen wir noch mal ein bisschen was ändern. Also sozusagen eine Überarbeitung dieses geheimen Zusatzprotokolls. Und man hat dann mehr oder weniger getauscht. Also die Deutschen haben dann eben Warschau bekommen. Da hatte die Sowjetunion nicht so viel Interesse daran. Vor allen Dingen, weil man auch da sehr starken Widerstand auch erwartete. Das wollte man dann eher den Deutschen überlassen. Und die Deutschen gaben der Sowjetunion dann dafür Litauen. Ja, dann gibt es auch ein paar Umsiedlungspläne, die dann da eben letztlich vereinbart, wurden. Aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Kurz danach, zwei Tage später, am 30. September, greift die Sowjetunion dann auch Finnland an. Kommen wir mal zu den Folgen. Die Folgen waren vor allen Dingen finde ich auch für die deutschen Kommunisten schrecklich. Denn man darf ja nicht vergessen, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, nach dem Reichstagsbrand, der ja eine Verfolgung der deutschen Kommunisten auslöste, haben ja auch viele das Land verlassen, das Deutsche Reich verlassen. Wo sind sie hingegangen? Zu ihren kommunistischen Freunden nach Russland. Aber Russland war jetzt mit dem Deutschen Reich verbündet, was man nicht für möglich gehalten hatte. Das heißt, da wo man sich jetzt eigentlich in Sicherheit wähnte, war man in äußerster Lebensgefahr. Kleiner Exkurs, nur so am Rande, die Sowjetunion hat übrigens die Existenz des geheimen Zusatzprotokolls immer bestritten. Also lange Zeit kannte man praktisch nur die deutsche Ausfertigung dieses Dokuments und vor allem auch die Landkarte, auf der die jeweiligen Interessenssphären eingezeichnet und von Ribbentrop und Molotow auch unterschrieben waren. Im Jahr 1989 da forderten Abgeordnete aus den drei baltischen Sowjetrepubliken, nämlich Estland, Lettland und Litauen, auf dem Volksdeputierten Kongress in Moskau den sowjetischen Staats- und Parteichef Mikhail Gorbatschow auf, das sowjetische Original vorzulegen. Aber die Antwort lautet erstmal noch, gibt es gar nicht. Haben wir doch immer gesagt, gibt es nicht, existiert nicht. 1991 erst gab man dann doch bekannt, ja, ja, es gibt auch eine sowjetische Fassung, ein Gegenstück sozusagen. und erst 1993, da ist die Sowjetunion schon Geschichte, da wird es dann veröffentlicht, war die ganze Zeit im KGB- Archiv, war das nur so am Rande. Ja, kommen wir am Ende zur Bewertung. Wir haben also hier zwei gefräßige Diktatoren, die handeln miteinander eine fette Beute aus, die sie sich dann brüderlich teilen. Dass sie ideologisch miteinander verfeindet sind, scheint überhaupt keine Rolle zu spielen. Ich schließe mich da an der Deutung von Ingeborg Fleischauer, die hat ein Buch geschrieben, ich glaube 1990 war das, es hieß auch Der Pakt, eine Monografie über den Hitler-Stalin Pakt und sie macht darin letztlich deutlich, dass vor allen Dingen Pragmatismus vorgeherrscht hat. Mochte man ja ideologisch miteinander verfeindet sein, aber letztlich gab es etwas zu gewinnen, das heißt wir haben Macht, Gier, Expansionsstreben auf beiden Seiten, also auf Seiten des Deutschen Reiches und auf Seiten der Sowjetunion und da ist man eben über die ideologischen Gräben hinweggesprungen. Um sich dann eben die Beute zu teilen. Ja, einig war man sich übrigens auch in einem sozial-dawinistischen Grundprinzip, nämlich der stärkere Frist den Schwächeren. Und das ist auch durchaus wieder etwas, was die beiden auch miteinander verbindet, also Hitler und Stalin. Wir halten fest, das geheime Zusatzprotokoll, das zeigt eigentlich, es handelt sich eben nicht um ein rein defensives Bündnis, sondern es handelt sich um eine Vereinbarung zwischen zwei verbrecherischen Regimen, die gemeinsam einen Raubkrieg vorbereiten. Und von daher war es eben ein Pakt, ein Pakt zwischen zwei Diktatoren und die Bezeichnung deutsch-sowjetischer Nicht-Angriffspakt, der ist zwar korrekt, aber letztlich ist er irreführend. Ja, nur dass Stalin nicht ernsthaft damit rechnete, dass für Hitler auch dieser Pakt eben nur ein weiteres Stück Papier war, ein weiteres Abkommen, das er brechen würde, sobald es ihm dann auch möglich war. Und als er am 22. Juni 1941 dann Angriff im sogenannten Fall Barbarossa, ja, da dampften sozusagen noch die Züge, die Züge mit den deutschen Wehrmachtsoldaten, die fuhren sozusagen in die Sowjetunion und auf der Gegenspur kamen ihm immer noch die Güterzüge entgegen mit den Rohstofflieferungen für das Deutsche Reich ganz nach den Vereinbarungen vom 19. August 1939 dem deutsch-sowjetischen Wirtschaftsvertrag. Soweit also die Geschichte dieses Hitler-Stalin-Pakts, der eben die Tür aufmacht für den Krieg, der von Hitler seit dem Jahr 1933 spätestens schon anvisiert war. Aber jetzt war eben die Möglichkeit da. Vom Osten war nichts zu befürchten und vom Westen auch nicht, denn wir werden sehen, das Einzige, was dann folgt, den Überfall auf Polen, sind von Großbritannien und Frankreich jeweils eine Kriegserklärung an Deutschland. Aber beide Mächte sind überhaupt noch nicht in der Lage, diesen Krieg zu führen. Aber das gucken wir uns dann später in einem anderen Video an, wenn wir uns mit dem Zweiten Weltkrieg ein bisschen genauer beschäftigen. Ja, bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal.